Hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Bau ohne Hof. Mein Name ist Dietmar und heute wollte ich euch mal kurz meinen neuen Podcast vorstellen. Bleibt dran! Wir haben einen Podcast angefangen, der heißt Bauern ohne Hof, der Podcast für die alternative Landwirtschaft und fand ich ein super Projekt. Ich finde, YouTube ist schon toll, wie man so unser Projekt ein bisschen an die Leute bringen kann und wir uns da direkt folgen kann, was wir so machen. Aber ich fand es auch interessant, andere Projekte mal ein bisschen zu beleuchten und Leute zu interviewen, die was ähnliches machen, die sich auch in der alternativen Landwirtschaft ein bisschen versuchen wollen. Und darum geht es quasi in meinem Podcast Bauern ohne Hof. Die erste Folge ist jetzt online. Guckt doch mal in der Beschreibung. Da habe ich euch die Webseite von bauerohnehof.de. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten gibt es den Podcast auf allen möglichen gängigen Plattformen, also von Stitcher über Spotify, iTunes, Google Podcasts, iHeart Radio, Deezer und wie sie nicht alle heißen. Es handelt sich um ein Interview-Podcast, das heißt, ich lade einfach interessante Leute ein, beziehungsweise Leute, wo ich denke, die sind interessant und interview sie. Also wir haben jetzt, es geht hauptsächlich um Permakultur, Aquaponik, Selbstversorgung, No-Dick-Garden, Weidehaltung von Tieren, Urban-Farming, sowas in die Richtung. Schaut doch einfach nochmal nach. www.bauerohnehof.de Das ist meine Webseite, da unter dem Menüpunkt Podcast, dann findet ihr die neuesten Folgen. Wir versuchen jeden Samstag eine neue Folge rauszubringen, also folgt uns da auf Spotify oder iTunes oder eurer Lieblingsplattform einfach. Wäre eine tolle Sache und ist ein bisschen was anderes. Es ist mehr so ein interaktives Konzept, wo man sich einfach die Interviews von mir und den anderen Leuten ein bisschen anhören kann. Wenn ihr jetzt allerdings denkt, von wegen, oh, ich habe auch ein cooles Projekt und so ein Podcast, das wäre doch mal was, wo ich ein bisschen Werbung machen kann oder so, für mich und meine Idee, dann schreibt mir doch eine E-Mail, bauerohnehof.yahoo.com und erzählt ein bisschen was über euch. Und ich denke, dann können wir auch ganz easy einen Termin finden für so ein Podcast-Interview. Gibt einen Gesprächsverlauf, so ein paar Fragen, die ich interessant finde, die ich auch gerne von euch wissen möchte. Und von daher schreibt mir einfach mal eine E-Mail, wenn ihr denkt, ihr seid interessant und ihr seid genau die Richtigen für den Podcast. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war nur ein kurzes Video über meinen Podcast. Also, subscribe den Kanal, drückt die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Dietmar, euer Bauer ohne Hof. Danke fürs Einschalten.